Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie jeden Morgen hier den neuen Fortnite-Shop. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich heute auch wieder 1000 V-Bucks an euch verschenken werde. Alles was ihr tun müsst, um diese V-Bucks hier zu gewinnen, ist einfach nur ein Abo dazulassen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und ein Hashtag Snoxy unten in die Kommentare zu schreiben. Also Snoxy ja, wie auch mein Creator-Code ist, einfach in die Kommentare schreiben und dann schauen wir mal, was heute so in den Shop reinkommt. Vielleicht ist ja sogar schon einer von den neuen Skins, die jetzt geleakt wurden. Let's go! Oh! Und... Was? Was? Leute, ich habe gestern ja noch ein Video gemacht, wo ich auf all die neuen Skins reagiert habe, die jetzt schon geleakt wurden im neuen Update. Und diese Skins waren einfach nicht dabei. Krass! Neue Skins sind da und ein neuer Gleiter und auch eine neue Spitzhacke. Sehr, sehr cool. Das finde ich ja nice. Starten wir auch direkt mit denen. Es sind anscheinend Baseball-Skins, ne? Baseball-Skins, die schauen ja mal cool aus. Ne Frau und Mann. Mich wundert ja, dass sie das in dem Fall nicht so gemacht haben, wie mit den Fußball-Skins und den Football-Skins. Da kann man ja also in den Teams als Stile auswählen. Hier gibt es anscheinend wirklich nur diesen einen Stil, also diesen einen Skin. Einmal den Fastball und dann noch den männlichen Skin, den Schlagmann. Wow, okay. Erstmal so richtig englisch Fastball unter den Schlagmann. Joa, von den Farben her würde ich sagen, gefällt mir der Mann nicht sogar direkt mal ein bisschen besser. Oh! Was? Sie haben einfach den Backpack reworked. Also sie haben den gleichen Backpack genommen fast, wie den wir schon mal hatten. Mit diesem Baseball-Schläger. Also die gleiche Idee auf jeden Fall. Der Rucksack sieht ja ein bisschen anders aus. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Skin. Der gefällt mir. Der weibliche ist in Ordnung. Ich bin jetzt nicht der große Orange-Fan. Ah, Leute, sie hat auch hier den Baseball-Schläger. Habe ich gar nicht gesehen. Sie hat so einen kleinen Baseball-Schläger dran. An sich auf jeden Fall ein ganz cooler Skin. Aber ich glaube, ich werde mich hier in dem Fall sogar echt den männlichen holen. Schauen wir uns aber erstmal die Hacke und den Gleiter an. Der durchschlagende Erfolg anscheinend. Ah ja. Ich habe den Kopf erstmal so zur Seite gemacht. Dafür bräuchte ich echt eine Facecam, ne? Ist so ein kleines Trophäe, so ein Pokal an einem Baseball-Schläger. Leute, ich warte auf den Tag, an dem es einen Baseball-Schläger only als Hacke gibt. Also stellt euch mal diese Hacke hier ohne diesen Pokal oben vor. Ich fände persönlich, das wäre die geilste Hacke ever. Einfach nur ein Baseball-Schläger zum Draufschlagen, auch auf die Gegner. Ich bin zwar nicht der große Baseball-Fan, aber das wäre trotzdem irgendwie ziemlich cool, so als Baseball-Schläger in Fortnite. Oh, ich muss mal schnell meine Kopfhörer aufsetzen, damit ich auch mehr anhören kann, wie die Hacke denn klingt. Mal schauen. Okay, ist, würde ich sagen, ein realistischer Sound. Ich hatte sogar mal so einen Baseball-Schläger aus Metall. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so klingt, wenn man damit auf Dinge draufhaut. Habe ich jetzt nie unbedingt gemacht, aber, ähm, ja, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann schauen wir uns noch den Gleiter an. Homerun heißt der. Oh, okay, der Sound, der gefällt mir. So ein bisschen Stadion-Musik und ein kleiner Applaus. Ja, erinnert mich ein bisschen an den Football-Gleiter, aber auch der ist auf jeden Fall für 500 V-Bucks definitiv in Ordnung. Also, falls ihr heute, ähm, das gewinnen wollt, obwohl, Leute, ich verlos heute dann nicht nur 1200 V-Bucks, sondern ich verlos dann heute direkt 2000 V-Bucks, dass ihr euch hier den neuen, einen der neuen Skins holen könnt, plus halt dann Hacke oder Gleiter dazu. Also, falls ihr diese 2000 V-Bucks heute gewinnen wollt, wie gesagt, einfach nur ein Abo da lassen, also kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken, denn ich möchte das ja an meine Abonnenten verlosen. Dann dem Video einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Snoxy und in die Kommentare schreiben, um hier am Gewinnspiel teilzunehmen. Und ihr könnt mich natürlich auch gerne als Creator eintragen, wenn ihr mich supporten wollt. Einfach Snoxy hier im Itemshop, alle 14 Tage, setze ich das jetzt zurück. Also, gerne mal nachschauen, ob ihr Snoxy noch als Creator eingetragen habt, wenn ihr mich supporten wollt, dafür, dass ich hier jede Nacht aufstehe und euch den neuen Fortnite-Shop zeige, wo wir zum Beispiel heute im dritten Slot, gestern hatten wir den Tomaten-Skin drin, heute den Burger-Skin, den Beef-Boss, den Dörr-Burger-Chef mit seinen Pommes auf den Rücken, dazu noch die Breedlings-Klatsche-Hacke und dann noch die fliegende Untertasse, die so komische Sounds macht, wenn man damit rumfliegt. Ist halt eher so ein Fun-Skin. Dann haben wir noch den Sushi-Meister auf der rechten Seite für 1200 V-Bucks. Dann haben wir noch den Dab drin, mal wieder, uh, der Dab ist zurück. Darauf erstmal gleich ein Dab. So, dann haben wir noch die Glücklich-Spitz-Hacke, Grüße an Fix hier an der Stelle, mit dem Smiley oben drauf und diesen Sound. Dann haben wir noch den Beriesler. Für 500 V-Bucks auf jeden Fall okay. Dann noch die Dschungelspäherin für 800 V-Bucks, die ich immer gerne benutze, wenn ich so ein bisschen mehr Try-Hardle, weil sie halt im normalen Gelände ein bisschen schlechter zu sehen ist. Da spiele ich die gern. Dann haben wir noch die Heiß-Kalt-Lackierung drin für 300 V-Bucks. Ich zeige sie auch mal hier kurz mit den Modellen. Bei manchen Waffen schaut sie noch ganz cool. Also zum Beispiel hier bei der Rifle ist es noch ganz gut oder der Pump. Aber, ja, das muss ja jeder selbst entscheiden. 300 V-Bucks gehen dafür auf jeden Fall noch in Ordnung. Und, jo, das war es dann schon zum heutigen Vorneinschaub. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und auf die Endkarte blende ich euch hier jetzt noch mein Video von gestern Abend ein. Das haben ganz viele Leute noch nicht gesehen. Klickt hier mal drauf und schaut es euch unbedingt an. Da habe ich mir mal die neuen Skins angeschaut, ein bisschen darauf reacted. Also die anderen Skins, die schon geleakt waren, jetzt aus dem neuen Update. Klickt mal da drauf und schaut es euch an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Tschüss! Tschüss!